Musik 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 Ich will natürlich die Gelegenheit nutzen, auch allererst mal ein Zeistuch zu begründen. Wir begrüßen hier zu diesem dreitägigen Stadtfest, wie wir es bisher eigentlich in dem Maße noch nie gehabt haben. Wow! Das Falkensee Stadtfest 2019 ist eröffnet! Musik 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 Die Stadtfeste sind immer sehr schön, sehr informativ, ist auch immer lecker. Musik Die leckere Bratwurst hier! Musik Also das Stadtfest gibt es dieses Jahr zum 26. Mal. Es hat 26 Jahre die IGF organisiert. Dieses Jahr bin ich das erste Mal dabei als Vorstandsvorsitzender. Ich bin im Februar gewählt worden und habe es eigentlich irgendwie mitgeerbt. Musik Weil ich ganz oft die Diskussionen erlebe im Falkensee, im Falkensee ist ja nichts los. Und ich finde es immer wieder überraschend, weil dann viele Leute hinterher sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass hier ein Stadtfest ist und dass da auch richtig was los ist, wäre ich ja gekommen. Deswegen informieren und herkommen, das ist das Beste, was man machen kann, weil hier ist wirklich was los. Musik Musik Es wird viel geboten, halt auch auf der Bühne kann man mal schauen, also generell ein sehr umfangreiches Programm. Musik Ich gehe gerne über diesen Kunstmarkt oder höre auch gerne der Musik zu oder gucke mir diese Kindertanzshows an oder die Sportvereine, was sie zeigen. Musik Musik Das ist wirklich sehr entspannt und ich habe auch den Eindruck sehr offen. Jeder kann hier nach seiner Fasson sielig werden. Also ich finde es unheimlich schön, bin gerne hier. Musik Jetzt haben wir im Prinzip das gesamte Spektrum breit gemacht. Wir wollen viel Jugend drin haben, wir wollen Kids drin haben, wir wollen auch die Alten dabei haben, so dass wir im Grunde genommen gesagt haben, alle Altersprozesse, alle Menschen sollen. Musik 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 Ich finde wir haben wieder ein tolles Stadtfest, es ging ja gestern schon ganz groß los. Wir haben ganz viele Leute hier gehabt, bis spät in die Nacht und ich glaube alle haben hier einen Spaß gehabt. Heute geht das weiter. Herzlichen Dank auch das Regenbogencafé. Die drei ersten Preise würden wir gerne heute hier gemeinsam mit dem Bürgermeister auszeichnen. Musik Wir haben das erste Mal zwei Bühnen aufgebaut. Wir haben im Prinzip eine große Kirmes vorne aufgebaut mit einem Autoscooter und mit ganz vielen anderen Ständen. Musik Wenn dann diese Stadtfest auch mal mehr Anspruch oder angenommen wird, dann wird es ja dadurch dann immer größer, weil mehr Kunden kommen, die dann auch dort teilnehmen wollen. Musik 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 Wir sind auch ganz froh, dass wir mit den alten Bestandteilen, Also Tanzgruppen, Kita, Sachen aus den letzten Jahren übernehmen konnten und mit neuen Bestandteilen erweitern konnten. So dass wir also heute Abend mit einer Akustikband und einer Partyband und einer Schlagerband, also auf dem Brunnenplatz, glaube ich ein Angebot finden, mit dem wir alle bedienen können. Musik 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 Musik